Dann haben wir das Vertrauen. Das Vertrauen ist sprachlich gesehen etwas, sich auf etwas zu verlassen. Und islamisch gesehen ist es, sich aufrichtig auf Allah zu verlassen und ihm vollkommen zu vertrauen und die erlaubten Gründe in Anspruch zu nehmen. Und das Vertrauen muss drei Dinge beinhalten. Erstens die erlaubten Gründe für das, was man beabsichtigt, in Anspruch zu nehmen. Dann vollkommen darauf zu vertrauen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Versprechen einhält und sich mit Aufrichtigkeit auf Allah zu verlassen. Und der Beweis für das Vertrauen sind Allah subhanahu wa ta'alas Worte und verlasst euch auf Allah, wenn ihr gläubig seid. Und in einem anderen Vers und wer sich auf Allah verlässt, dem ist er sein Genüge. Das Verlangen ist der Wille, etwas zu erreichen, was man liebt. Die Ehrfurcht ist die Angst, die dazu führt, vor dem, was gefürchtet wird, zu fliehen. Es ist also eine Angst, die mit Taten verbunden ist. Und die Demut ist die Niedergeschlagenheit und Gebrochenheit gegenüber der Gewaltigkeit Allahs und dass man sich seiner Bestimmung unterwirft. Und der Beweis hier für das Verlangen, für die Ehrfurcht und Demut sind Allahs Worte. Sie pflegten sich ja mit den guten Dingen zu beeilen und uns in Begehren und Ehrfurcht anzurufen und sie pflegten vor uns demütig zu sein. Nun derjenige, der sich auf dem Weg zu Allah azawajal befindet, muss ständig zwischen Furcht und Hoffnung bleiben. Es darf keine Seite der anderen überwiegen, da er sonst fallen und vom Weg abkommen wird. Die Furcht und die Hoffnung müssen bei ihm wie zwei Flügel eines Vogels sein.